Ja, meine Leute, meine Lieben, ich, aufgrund gesundheitlicher Umstände konnte ich heute noch nicht wirklich viel machen. Ich bin absolut im Zeitdruck auf jeden Fall. Ihr merkt, ich bekomme auch schlecht Luft schon den ganzen Tag und da ist auch schon einiges passiert heute. Ähm, allerdings kann ich sagen, es wird dafür, ähm, langsam. Es kamen zudem heute auch meine Lebensmittellieferungen und dadurch, dass da zwei, drei Sachen so nicht ganz optimal gelaufen sind, ähm, bin ich dadurch sehr günstig weggekommen. Heißt allerdings auch für euch, support your locals und, ähm, es folgt ein weiteres Testvideo. Das werde ich, ähm, heute dann machen und, ähm, Samstag? Am Samstag werde ich das online bringen. Ähm, sehr wahrscheinlich. Und dann muss ich mal schauen, ob ich Samstagabend einen Stream machen kann. Ich bemühe mich natürlich darum, dass es Daily Content gibt. Ich bemühe mich darum, dass wir hier wieder einen Vlog, äh, zustande bekommen. Ähm, das heißt also, die vier Tage, weil heute wird es auch keinen Vlog geben. Ähm, keinen richtigen Vlog zumindest. Wobei, komm, wir zählen das hier als Vlog. Das ist auch so eine kurze Relife-Uncut-Folge. Ähm, also, ne, ihr wisst aber Bescheid. Es wird morgen dafür keinen Vlog geben und, ja. Ähm, nee. Okay, ich, vielleicht wird es morgen doch einen Vlog geben. Ich weiß es halt selber noch nicht genau, aber ich plane jetzt erstmal nicht damit gerade. Es kommt natürlich darauf an, was morgen ansteht. Und, ähm, ja, wie es letztendlich auch weitergeht. Ich habe mir gerade meine Einkaufsliste geholt. Ähm, es gibt zum Beispiel, hatte ich hier, ähm, unter anderem fertige Burger geordert. Die, die nicht da waren. Es ist hier und da ein bisschen weniger da gewesen. Oder andere Sachen. Ähm, gerade auch mit dem Thema, ähm, Lachs. Es war Lachs im Angebot. Ich habe dann aber völlig was anderes bekommen, als ich eigentlich wollte. Zu einem Preis, wo ich sage, äh, schwierig, sehr schwierig. Aber, ähm, ja. Passiert. Es passiert absolut, aber das ist jetzt, das wäre jetzt zu viel darüber großartig zu philosophieren. Ich würde mich also freuen, wenn ihr weiterhin eure Freunde zu diesem Kanal einladen würdet. Wenn ihr, ähm, mir ein Abo spendieren würdet. Und ihr könnt auch gerne, wie gesagt, eure Grundstücke auf Creeper Games unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich werde sie dann nach und nach, wenn ich kann und Zeit habe, abarbeiten. Zwischendurch muss ich mich dann natürlich auch noch darum kümmern, dass noch anderer Content kommt. Dass wir jetzt nicht nur bei Grundstücke bewerten oder ähnlichen Geschichten hängenbleiben. Ähm. Ich kann auch nicht versprechen, dass es, wie gesagt, weiterhin Daily Content geben wird. Ich bin momentan wirklich sehr, sehr hart am Strugglen. Und ich weiß selber auch noch nicht, inwieweit ich das Ganze in diesem Umfang gerade weiter betreiben kann und werde. Ähm. Für euch erstmal keine Änderung. Erstmal vorläufig. Wenn sich da was Neues ergibt, werde ich euch noch rechtzeitig darüber informieren. Aber aktuell, ähm, muss ich mir da so zwei, drei Sachen auf jeden Fall ausdenken. Ich erreiche zudem heute Morgen eine E-Mail, auf die ich dann natürlich auch geantwortet habe. Und, ähm, ich hoffe, wie gesagt, das ist jetzt alles gegessen und, ähm, jeder zieht zu seiner Wege und, na, allem drum und dran. Da will ich auch gar nicht drauf eingehen. Da will ich auch nicht großartig sagen, worum es sich dabei handelt. Sondern das ist jetzt einfach nur mal so ein bisschen, ähm, Real Talk am Rande. Ja, äh, was steht für mich heute noch an? Spülmaschine einräumen, aufräumen. Ähm, eigentlich war Kochen angesetzt. Geht aber nicht, deswegen Bestellung. Ähm, Kaffeemaschine sauber machen. Und dann noch ein paar Sachen verräumen. Ähm, die Aufnahme mit dem Essen, was später kommt. Und dann eventuell nochmal schauen, wo ich mir Gedanken machen kann mit Vorproduzieren, mit Themen, mit Ideen. Wie geht's mit den Kanälen weiter? Meine Fotoseite muss auch noch geupdatet werden, theoretisch. Ich hab heute schon das Prospekt von nächster Woche mit den Angeboten. Das heißt, ich muss auch heute schon wieder meine Einkaufsliste für nächste Woche fertig machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das heute überhaupt alles noch schaffen werde. Aber, so ist das. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, habt einen schönen Tag. Macht es gut.